Spiel mal Five Nights at Freddy's, wahre Warrior haben nur Angst vor Gott? Tyuuu, das stimmt. Deswegen werde ich auch, falls dieses Video 5000 Likes bekommen, Five Nights at Freddy's spielen. Und ich werde eine ultimative Challenge draus machen. Sollte ich mich nämlich auch nur einmal erschrecken, dann verliere ich meinen Warrior-Titel. Wenn das mal nicht eine ultimative Challenge ist. Aber genau das ist es, was Warrior lieben.